Ich bin nicht bei Counter-Strike eingepannt. Doch bist du! Nein! Doch, du bist doch bei Counter-Strike eingepannt. Ich hab dich bestimmt dreimal am Spawn gekillt. Ich weiß nicht, wie oft du eingeschlafen bist, aber es war häufig. Was? Ich bin nur einmal eingepannt und das wäre doch nicht gefallen. Nein. Nein, Robben, du hast doch bei Counter-Strike geschlafen. Nope. Oh, kacke. Deswegen war die Reputation auf einmal so schnell vorbei. Aber Hauptsache die ganze Zeit sich beschwert, dass das Team nichts macht. Ja, das Team hat auch nichts gemacht. Du hast geschlafen. Vor allem, ich fand das Witzige, wie du einfach pennst und kommst dann in eine Counter-Strike-Runde rein, wo du so halb aufwachst und als du reingegangen bist, sind gerade deine beiden Teammates getötet worden und dann hast du dich beschwert, warum schon wieder alle tot sind. Und du hast einfach den Anfang von der Runde verschlafen. Oh, was spiele ich denn jetzt? Hier, so. Ähm, du kannst fürs erste Mal Sturmsoldat machen, das ist eigentlich voll easy am Anfang. Oh cool, jetzt ist... Ja, ich lass die auf der Aufnahme durchlaufen. Normal beende ich immer noch eine Karte, aber ich lass durchlaufen, weil das kurz und so. Jolos, weil Kipser. Wobei, ich könnte die mal schnell beenden und dann könnte ich mal ein Video wenigstens auf den Kanal hochladen. Damit der Kanal ein Video mal hat. Warum habe ich eigentlich auf manchen Dingern schon zwei Waffen? Warum spielen wir eigentlich Langkang-Dum? Weil's jetzt vorbei ist. Was, die Runde ist vorbei? Die Runde ist vorbei, ja. Oh Mann, ey. Bist du mal late, ist das Match vorbei? Ich bin noch im Lau... Nein! Nein, weißt du wie lang das dauert, wenn das zwischendurch Switch nicht noch im Loading Screen war? Oh Mann, ey, mir wächst ein Bart! Das gibt's doch nicht! Was, dir wächst ein Bart? Ehrlich? Fickte Scheiße! Ja, tatsächlich, aber... Hast du davon geträumt, oder ist das passiert? Ne, ich hab nicht davon geträumt, ja. Okay. Seien wir mal ehrlich, uns wächst alle ein Bart, außer Moritz. Ich weiß es noch nicht, aber... Doch, dem wächst so ein Gesenbart halt. Ne, dem wächst auch ein Bart, aber ich hab mich gewundert, als er sich einmal beim Rasieren geschnitten hatte, weil... Ich weiß ja, der muss sich dann so häufig rasieren, dass man das halt nett sieht, weißt du wie ich mein? Mhm, ja. Ist halt immer stutzt, ich mach das halt nett, weil ich kein... Woah, geil! Hainan Resort. Ja, die hatten gerade eben schon auch mal... Das hat bei mir, hat's bei euch auch gerade angefangen zu laden, das heißt, ich bin... Woah, geil, ich bin in time, das ist ja... Unglaublich. Hammer. Ja, das ist verdammt anstrengend mit so einem alten PC, ne? Weil ich hab ne Handkurbel vorne, muss ich die ganze Zeit drehen, das ist nett. Ah, okay, aber das geht noch, ich dachte schon, bei dir muss als der Hamster ran, also ich dachte, du hast so ein Hamsterrad neben deinem PC stehen. Ne, das ist langweilig. Das wird aber Sinn ergreifen, weil dann rennt der Hamster alles ein bisschen langsamer und dann läht's halt weniger schnell. Ne, das ist langweilig, weil... Ne, das ist auch vor allem nicht in Ordnung, weil das ist Tiere verachtend und so. Ja. Okay, Pionier, was hab ich denn hier, ne MX4 und ne Groza4? Sorry, ich hab ein bisschen Schluck auf, ich hab gar nichts zu essen. Was denn da cooler? Och. Ey, wir sind sogar alle im gleichen Squad. Boah, geil, da kann sie halt losgehen. Ich mach, äh... Ich mach konstant 90 FPS, das läuft voll geil. Äh, Heli, Heli, Leute, wir nehmen den Heli. Oh, was ist, wenn ich auf dem Heli... Sind wir im selben Squad? Ja, sind wir. Kann ich da irgendwo bei euch schauen? Och ne, den Heli hat irgendein anderer Spasti. Ähm... Ich fahr... Irgendwer von euch hat ein Boot. Halt... Äh... Das ist nicht einer. Das ist ein random. Ich hab ein kleines Boot. Bleib doch stehen! Ah, gut. Was? Gut. Ah, warte, ich bleib mal stehen, ich schwimm zu dir. Och, Mann, warum gibt's in dem Ding keine Handbremse? Warte, Carsten, ich versuch eigentlich umzudrehen, damit's dir einfacher fällt. Weil ich glaub, es wär dir einfacher gefallen. Dead air, dead war, ser man dead. Oh, cool, ich hab ja schon nen Schalter verbracht. Äh, wir sind doch auf nem deutschen Server. Pfff, vielleicht ist es irgendein Dialekt. Pfff, ja. Das nennt den Dialekt nennt man holländisch. Ja, äh, wird auch gesprochen, ja. So, wir bleiben einfach hier stehen, dann nehmen wir ein und alles ist gut. So, Leute, jetzt lasst uns mal organisiert vorgehen. Wollen wir uns zu D fahren? Ja, machen ein Angriffsziel aber. Oh, da ist ein Boot. Nein, 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 nein. Oh, ne, och, ne. Hast du das festgeschahren, warum? Egal, egal, das ist beschäftigt, ich halt drauf. Haltst gar nicht drauf. Natürlich. Ey, da steht ein Heli. Wollen wir den nehmen? Komm, den Heli nehmen wir raus. Da fliegt vorallem ein Heli. Raus hier, raus hier! Der andere Heli hat nämlich ein Problem mit uns. ein persönliches mich nicht mehr da super wir sind also komplett auf der sicheren seite mit so viel hp wie wir da tatsächlich haben ich versuche den piloten rauszuschießen ok raus dort überall überall fahrzeuge überall es ist viel zu viel fahrzeug für mich da muss ich mich tatsächlich nicht da ist ja nein da ich bin gleich bei euch felix kommt mal mit da weißt du dass die stalin-orgel besetzt ist und du direkt daneben stehst du honk ähm wusste ich tatsächlich bis gerade eben nicht und das hinter dir infanterie war und ich jetzt tot bin oh ja da schießt tatsächlich was auf uns oh ich bin auch tot Gott sei Dank haben wir ein LAV. Ja, ich hab den grad getötet in einem Spasti. Alter, fick mich mit nem Gartenschlauch, der Kerl, der... Nein, nicht ins Wasser. Du, warum dat? Natürlich da jetzt grad, ich bin, bin Wässerschall. Okay. Viele wissen's vielleicht nicht, wenn ich bin Wässerschall. Komm, geh mal weg, du Stahlienorkel. Wat he da du? Das fuck, Alter. Ja. Da drüben steht ein feindliches LAV. Wo? Äh, nord-estlich. Da steht ein Heli. Ich wurde gekillt, ich bin ausgestiegen aus Versehen. Mann ey, wie viele Sachen stehen denn hier? Au. Ja komm, wir steigen aus und ich flieg das Ding. Du fliegst da gar nix mehr. Okay. Dann flieg ich, dann fahr ich halt das hier. Carsten, kannst du mich reparieren? Hast du schon ein Reparierwerkzeug? Ähm. Ich hab, glaub ich, standardmäßig ein Reparierwerkzeug. Ja, das heißt, dann steig aus und reparier dich. Ja, wenn du nicht vor mir wegfährst, dann kann ich auch reparieren. Okay, wir sind tot. Wir sind tot, wir sind tot, ist egal. Ich bin ausgestiegen, um dich zu reparieren und dann bist du weggefahren. Ja, dann sag doch halt nächstes Mal, ich steig jetzt aus oder so. Hat er. Team! Team! Ihr seid scheiße! Ich flieg jetzt. Fuck. Fuck you, a hole. Boah, ich hab einen gekillt. Ka-bam. Wow. Äh, Chief. Wer auf mich aimt, verdammt. Ich hab den voll eine mitgegeben gemacht. Team! Seid mal besser. Ich bin bei D. Ich komm zu Felix, glaub ich. Nein, ich hab den Blut 73 Schaden gemacht. Och, maaaann. Wir sind hier voll sneaky. Sneaky peeky. Ja, aber irgendwo sind sie. Oh, Achtung, Boot. Tauchen. Ja, die sind hier an der Seite. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja, natürlich. Of course. Jawohl, ich hab'n Heli gekillt. Hast du gut gemacht. Ah, Junge. Hast du geil gemacht. Das war nicht der Heli, der mich vorhin gestresst hat. Ich weiß es auch nicht. Ich greife jetzt mal die Flugopfer an. Ist vielleicht nicht so intelligent als Flugzeug, ne? Weil es heißt ja Flugabwehr und so. Wow, wenn du diesen Zusammenhang nicht erklärt hättest. Ich wär' komplett aufgeschmissen. Oh mein Gott, Ruben. Es war wieder... Erkenntnis pur. Ja, es ist doch so. Die Flugabwehr ist gegen ein Flugzeug. Da habt ihr was dagegen anzusetzen. Wenn... Und das ist halt vollkommen... Ich erinnere mich noch, dass es... Ich hab' gerade noch überlegt, als ich dir gejoint bin, Felix, ob du das warst, wo ich in Battlefield 3 nie freiwillig in ein Fahrzeug joinen wollte. Sorry, jetzt hab' ich den Heli gerammt. Ja, das ist immer schlecht, aber das war ich, ja. Jaja, das... Was war Felix? Felix war immer der Mensch, bei dem ich nicht in einem fahrenden Fahrzeug spielen wollte. Oh, Mann. Das ist heute immer noch genauso, der ist immer noch scheiße. Weil er meistens... Ey, ich bin guter Tankdriver. Ja, guter Tankdriver, ja. Das stimmt. War so buggy und so, und vor allen Dingen nicht in die Schneemobile bei Felix einsteigen, Karsten. Das ist ganz wichtig. Gibt's Schneemobile? Ja. Und da solltest du ihm auf keinem Fall nachschauen. Oh, Mann. 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 Das sieht nicht gut aus. Oh. Ich hab' ein Gigabfahrzeug getroffen. Gottverdammter Baum stehen jetzt so im Weg rum. Och, ne, der ist ausgestiegen. Och, was, ein nosedgiller. Ich hab' ihn gekillt. Opla, ob. Jetzt die Mapche. Mhm. Okay. Karsten! Ja? Willst du mitfahren? Ja. Gerne doch, Felix. Okay. Wir werden ja fast raus. Raus hier! Au! Ich bin tot. Nein, ich hab's noch hier in dem Bungalow geschafft. Gottverdammte Scheiße. Ähm, ich bin bei D obendrauf. Bringt das irgendjemandem was? Ja, mir immer. Oh, ich bin zwischen Tränen. Ich korrigiere. Ey, aber guck mal, die Posi ist voll cool. Okay, ich bin runtergefallen. Oh, oh, ich werd gesniped. Oh, ich brauch Hilfe. Da steht direkt jemand vor meiner Position an diesem hässlichen Container. Au. Wo bist du denn? Äh, aufm Schiff. Ah, ich seh's auf die Minimap. Ah, ich bin geflasht. Warte. Oh, ich hab mit ihm getradet. Ja, genau da war noch so einer von den Bastarden. Bastardos. Wir sind gut. Oh, ich seh grad keinen mehr. Da, bei mir ist noch einer. Bei mir ist noch einer. Ist der oben? Nein, direkt drinnen im Schiffsbau. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Die erste Hilfe ist unter dir. Nein! Sorry. Ich will immer bei dir das Versorger-Pack aus, weil du das anders gelegt hast als ich. Ja, weit schlimm. Also bei dir ist das halt die andere Position. Damit komm ich nicht so klar. Ne, nicht selbst schuld. Du bist daran schuld. Au. Irgendwas hat mich gerade... Wollen wir weiter vorrücken, Leute? Carsten, brauchst du Muni? Ähm, vielleicht. Also ich glaub nicht unbedingt, aber... Zu E? Zu E? Ähm, ja. Äh, warum wird der Punkt hier gerade eingenommen? Lol. Kann das irgendwie sein, dass der Raketenwerfer irgendwie so ein bisschen Auto-Aim hat? Ne, du zielst den, glaub ich, oder? Ja. Du hast den... Nein, nein. Oder? Der erste Raketenwerfer, äh, hat Auto-Aim. Bissl. Okay, nice. Ja, okay, irgendwie ist das mit dem D komisch. Lass zu E gehen. Da ist ein Bucky. Ah, warte mal, hier steht ein Schiff. Deswegen vielleicht. Ja, komm, dann. Guter Grund, um abzuhauen. Carsten, komm. Ja, warum denn? Ich mach das Schiff tot gerade. Du hast das gespielt. I'm sorry, den hab ich dir, glaub ich, gespielt. Ja, den hast du mir gespielt, aber das macht jetzt nix. Ich hab genug Punkte allein fürs draufballern. Ich glaub, das ist mir noch nie passiert. Ein Buggy, der ein Boot kaputt schießt. Oh Gott, wir werden wieder erfasst. Raus hier. Wahrscheinlich wieder der Scheiß-Lip. Also. Ich geh rüber. Ich werd ihn jetzt ausräuchern. Alles klar. Da ist einer. Hab noch einen. Perfekt. Ich glaub, das war's. Ich glaub, das bricht das Haus eh zusammen, oder? Das sieht ein bisschen instabil aus. Wow, hier sind zwei L.A. Oh, ich wurde gesniped. Ich wurde gesniped. Ja, Felix ist halt nöt. Du bist ja... Du bist ja... Du bist ja... Versteckt mich einfach hinter dem einen L.A.W. Hier. Das ist das Problem. Hm? So. Oh. Da hat er auch auf mich geschossen. Oh, da kommt ein Boot. Da ist ne Flugabwehr, die unbesetzt ist. Oh Gott. Hier war voll überfordert. Ah, ich hab den Sniper geneift. Das Boot geht jetzt drauf. Ah, that's what happens. Jawohl, tot. Promoted! Oh, ich kann Ruben reparieren. Ruben, bleib mal stehen. Wird beschossen. Oh, ich versteck mich jetzt einfach hinter dir. Ich hab ein feinliches RIP-Boat. Kann das sein, dass man deinen Steel-Sound hört, Carsten? Ja, das kann sein. Ich mach ein bisschen leiser. Oh, ich hab... Das schießt auf mich, Carsten. Okay, ich bin tot. Ja, das war instant... Warum steht da ein Jet? Da ist ein Jet auf dich geflogen, Ruben. Deswegen warst du... Wie, der ist auf mich geflogen? Auf mich drauf? Jaja, der ist auf dich drauf geflogen. Deswegen warst du gerade instant tot. Das war so ein Japaner. Mann, das hat einfach no skill. Das ist so schlecht. Oho, okay. Ich hab mich langsam orientiert. Ähm... Gehen wir zu A. Wir verlieren wieder E gerade. Au, au, au. Ich werd wieder gesniped. Ja, da sind schon wieder gegen... Medikit liegt hier. Ich seh einen von den Wichsen. Ab den Sniper. Ah, ich bin tot. R.P.G. Ja, der hat mich auch erwischt. Was für ein Noob, Mann. Jetzt weiß jetzt sogar ich, dass man so das nicht macht. Mein Irrensohn. Aua, von hinten? Wo war der? Scheiße, da unten, wo wir die ganze Zeit waren. Das war der Typ im Chat. Weil der, 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 der hat das Piloten-Skin drauf. Ja, super. Du bist... Ganz toll hast du das gemacht. Wir nehmen ein Boot. Oh, Carsten abholen. Ja. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, ich hab immer noch das Automatik drauf. Sorry. Weißt du, ich fahr übers Wasser. Achtung, feindliches Boot schießt du auf uns. Ich sterbe. Mach Aktivschutz an oder irgendwas. Nee, besser doch nicht. Okay, egal. Ich versuche, euch zu helfen. Super, der Heli auch noch. Das Boot hab ich viel zu spät gesehen. Ich hab das Boot gekillt und hab drei Gegner da drauf eliminiert. Ja, der hat uns gekillt und hat drei Gegner eliminiert. So. Ich spawn mal bei dir, Carsten. Ja. Tu das. Ich würd' sagen, anderes Befehl ist immer noch E. Unten bei D ist einer hab ich grad auf der Minimap gesehen. Bei C am oberen Strafrecht. Könnt ihr von hinten kommen? Ähm. Also eine ungewöhnliche Bitte, wenn ich... Ich geh andersrum. Ja, gut. Da ist doch grad unser... Oh, da ist ein Heli. Nein! Ich bin tot, Felix. Der hockt da drauf. Der hat ein Leben. Der hat ein Leben. Meine Kugeln treffen ihn nicht. Revive mich bitte. Ich hab ihn erwischt. Danke. Der hatte ein Leben. Gib's mir mal. Gib's mir mal Moni, Ruben, bitte. Ja. Gerne. Ah, LAV! Und... Und Boot! Du scheiße, mich hat... Alles! Also mir wird angezeigt, ich wurde von LAV gekillt, aber das Boot ist rot. Das ist auch geil. Das kann man mal machen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Ähm. Oh mein Gott, ich sitze in einem Kampfjet. Komm, wir nehmen mal hier sowas. Kommt mal bald zu mir. Ich bin gerade ins Boot gejoint. Zu unserem... Squad Raid. Ich bin ganz allein in ein Buggy. Ich hab' vielleicht nicht mehr Idee. Ich bin allein. Ich hab' Angst. Ich hab' Angst. Au. Ich bin wieder tot. Ich hasse es. Ich fahr' grad mit ein Buggy los und ich werd' direkt erfasst von irgendwas. Was soll denn die Scheiße? Ich sterb' so häufig. Es tut weh. Ach du Scheiße. Von Dave aus fährt grad das Boot und das LEV weg. Wo seid ihr? Na, Carsten ist bei C. Ich bin gerade bei C gelandet, ja. Okay, das war knapp. Da ist grad ein LEV an mir vorbeigelaufen. Ich lag auf dem Boden auf dieser einen Straße und ist an mir vorbeigefahren. Ja, dann... Oh je. Ich muss mich ja mal anstrengen. Ähm, ich kann mich nicht bewegen jetzt. Was wieder. Ja, meine Güte. Comeback-Bonus von 40. Es tut weh. Es tut wirklich weh. Oh, 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 oh. Das tut gestre pall. Oh oh, oh, oh. Lass das, lass das. Lass es... Oh, Gegner. Oh, hinter uns. Ja, der kommt von hinten. Mach was draus. Ich weiß nicht, ob er' dich schon entdeckt hatte. Er hat's. das ist das Boot gehen ja bin ich auch gerade drin nice bomb, ich bin der erste da, voll geil oh god no ich bin raus hier, verfickte, oh nein, wirklich der heli hat uns, alter der heli ist ein bisschen krass, ja ich werde ihn jetrappen ach komm, das hat echt keinen skill ja gut, du bist bei mir, so ist schuld auf endlich ein vernünftiger Punkt, den wir angreifen können wir gehen auf C direkt vor uns ist einer ich sehe nichts wir gucken mal auf der Map so der ist tot ja ok, der liegt da direkt neben uns also das Fahrzeug habe ich an sich oh wir sind gelockt oh wir sind gelockt gott verdammter Little Bird die trifft, oder? ne, aber geil ich habe einen Schaden gemacht er ist weggeflogen da hinten ist ein Boot halt mal alles im Blick Felix äh hinter uns, hinter uns rechts sind zwei Infanteristen bleibt mal stehen, einen habe ich gekillt egal, die interessieren sich sowieso nicht für uns die sind weitergelaufen sind sie nicht? also direkt neben uns, links von uns ja, da habe ich auch drauf geschossen oh müssen wir repariert werden? ne ne alter, da steht ein Spaß direkt links, genau Carsten hinterm Container, ja? ja, den habe ich Epic LAV Team Epic LAV Team Epic LAV Team ähm ja, hier drin sind wir wenigstens sicher von dem scheiß Helikopter glaub ich ich kann ihm aber noch ein paar Meter auf den Weg geben wenn du willst Achtung, direkt vor uns LAV Au Carsten, du musst separat drauf schießen sonst verlieren wir das ja, bitte raus ich rüber hier gegen der ist auch ausgeschnitten nein, nein, shit ja ich bin tot oh man, das waren zwei keine Ahnung der irgendwie war da noch ein Aufklärer glaub ich, den wir übersehen haben lebt noch einer von uns? ja, ich leb noch und sitze in unserem LAV wow, nice es wurde gerade von hinten von einem wow, na oh ja, gekillt ja, ich bin mal bei irgendeinem Typen random gespawnt aus Versehen weil ich dachte, da gibt es einen cheap kill ist aber nah bei eh, spawnt mal bei mir ähm, wir bekommen Besuch LAV ähm, nordwestliche Richtung alles klar fährt direkt zu euch ich bleib erstmal hier oben ich bleib erstmal hier oben ich bleib erstmal hier oben ich versteck mich erstmal gut, ihr habt's der LAV ist Geschichte nice Leute gut gut ein erwischt da sind noch Gegner so ich geb euch mal von hier Deckung ne, ich geh jetzt mal auch hier ins Haus ne, ich schließe jetzt nach zu ihr wir müssen heli, ich hab ihn gespottet da kommt noch ein LAV da kommt noch ein LAV ja, kommt mal, geht mal irgendwo rein, wo's safe ist ja, Carsten, hier im Haus ist ganz gut da hinten ist sogar noch ein Boot oh fuck und dann ist da noch ne Flugabwehr oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck aber nice one das läuft ja echt heute gut Carsten, ich bezweifle, dass du so viel Schuss hast komm hier rein gib dir mal erstmal hier Muni hin danke oh fuck, da geht unsere Deckung jetzt kommt das LAV ich hab feindlich Charfix das LAV kommt vom Wasser her boah oh verdammt, ich bin tot ja, da schießt nicht nur das LAV auf uns leider oh fuck, das hat mich überfahren ich wollte ihm grad so richtig schön an den Säck gehen Alter, guck mal, jetzt ist 143 ping normal äh, ne warte, ich schreib dir mal auf 12.15, das find ich für meine erste Runde noch ganz okay was soll ich da sagen, Alter guck mal, aber wir sind Erster, Dritter und Vierter, das läuft also zumindest als Quad funktioniert also dafür, dass wir eigentlich grundlegend schlecht spielen, finde ich das traurig aber wir spielen nicht schlecht äh, ich nerd, Carsten guck mal äh, ich äh, ich spiel ziemlich gut, aber ich weiß nicht, also ich find das momentan nicht so ultra erfolgreich wir waren schon besser in alten Zeiten also ich hab zwei Schusses daraus gepickt Achtung, hier muss irgendwo einer sein ja, mich hat gerade einer erschossen wenn du im Boot fahrt auch nicht weg hab ihn, ich revive dich danke ich glaub ich hab grad irgendwas gezielt und ich bekomm jetzt Flugabwehr in den Rücken, oh geil au great, das war der du fliegst? hä, nein ich war am Boden ich bin jetzt da oben, ich bin hinter dir ich hab zwar nur so'n MP-Dings hier, aber was hast du? ich hab hier nur die Waffen vom Pionier, die sind auf Distanz nicht so super ja, aber generell sind die nicht schlecht also diese Anfang, das Anfangs-PDW ist super und das Anfangs-Karabiner ist Weltklasse meinst ramming kommt ihr mit wieder zur E oder so? wir nehmen da hinten so'n, so'n, äh Jeep holt mal jemand'n Jeep von euch holt mal jemand'n Jeep warte kurz ich hab einen ich hab das dumpfe Gefühl wo soll ich hinkommen? sollte ich reviven oh fuck ich bin tot Felix, da ist einer wo ich war direkt vor dir wow 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 kill, revive mich ich wollte grad sagen ah, äh pfff und die stürmen da grad voll auf C ich hab einen Spawn, Felix wir gucken, dass wir da spawnen Boot ne, doch nicht Boot das werde ich nicht rum wir spawnen bei dem einen Typ C hier power, ich bin tot nicht spawnen ah, no kannst du das denn ein bisschen fräsen? noch ein bisschen bisschen drück dich deutlicher aus würdest du das denn ein bisschen früher sagen? ja, ich bin noch erst in dem Moment gestorben lass bei C spawnen jetzt drüber zu D oder D was wollen wir machen? ich mach die Paffe hier aus wo seid ihr denn? ich bin schon wieder dort ich kann D irgendwie nicht ah, Fahrzeug ist faul ähm äh, ich bin kein Fahrzeug du bist in kein Fahrzeug ähm, hier ist einer hinter uns oben, ne? hab ihn ich glaub ich ich glaub ich ah, die Waffe ist glaub ich besser Achtung da ist ne Mine ich kann sie aber nicht auslösen waa pfff du meinst zu oh fuck oh fuck hä? ach der stand in der Ecke das gibt's ja net so ein so ach du da kommen schon wieder Leute rein ich werd hier gerade weggefrühstückt da da unten sind auch noch unten unten oh man oh ok das waren zu viele ich dachte ich könnte irgendwas reißen aber den kommen hoch was du noch legst no chance at all baby aber diesen Punkt können wir nicht einfach so gammlos hergeben hm? lass uns zu D gehen oder? komm Felix nein wir geben den Punkt nicht aus ich wollte ihn eigentlich nicht aufgeben nein ja stimmt ok weiter gib nicht auf Kinder vorwärts auf und die schlacht wie sie in Moe warms immer gesagt haben wo ist doch grad der Baumstund ferngegner Felix ich bin direkt neben dir hinter dir ist nirgendwo ich geh oben ich geh oben ich glaub ich hab Feindkontakt ja ich bin oben direkt nordöstlich ja da ist direkt einer bei dir hab ihn sehr schön ah oh fuck LAV ich hab direktes Schussfeld hier rein ja 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 ich seh es das steht direkt vor der Haustür ich hab mal eine verpasst mit der andere Seite hoch zu euch zu kommen irgendwie entweder sind die oben oder halt hier in dem einen Flügel wo ich jetzt gerade drinnen bin hier bei uns hier sind angeblich voll viele rote Punkte wollen wir mal hochfahren wir werden auf dem Dach sein ja wird vielleicht drüber sein ok Carsten komm mal mit wir gehen hier in den Aufzug wir warten auf dich sofort aber man kann hier Aufzug fahren echt jetzt ist ja geil das Feature nicht wahr die Tür hier macht auf guck raus und schieß raus sobald offen ist da sind unsere Leute oder nein ein oh Gott da ich bin tot ich habe aber ich habe noch einen mit ge- ne ich habe einen mitgenommen da war noch einer ich habe einen mitgenommen wir haben beide einen mitgenommen wir haben beide einen mitgenommen nochmal ok gewonnen nice one gute Runde ja naja ich habe schon bessere gehabt juhu mvp ich geh mal kurz pissen oh viel spaß danke danke so dann beende ich mal die Aufnahme oder Pionier Miene freigeschaltet cool so Aufnahme beenden